Musik Mein Name ist Kurt Mayer. Ich bin leidenschaftlicher Live-Designer. Ich versetze Menschen in die Lage, selbstermächtigt das Leben zu kreieren, von dem sie schon immer geträumt haben. Wie geht es dir? Wie lebst du dein Leben? Läuft es nach deinen Wünschen? Oder hast du viele Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen? Du gibst dir zwar Mühe, aber so richtig gelingen tut es dir nicht. Erreichst du deine Ziele? Hast du überhaupt Ziele? Oder verdrängst du sie, weil sie ja doch nie in Erfüllung gehen? Bist du glücklich? Ich meine, so richtig glücklich. Fühlst du dich erfüllt? Hast du das Gefühl, im Leben so richtig angekommen zu sein? Es geht hier nicht nur um Motivation, sondern um effektive Veränderung deines Lebens. Welchen Wert gibst du deinem Leben? Es gibt so viele Menschen, die nicht in ihrer Kraft sind, die nicht wirklich glücklich sind, denen es an Gesundheit, Erfolg und Lebensfreude mangelt. Kennst du das? Das Leben ist zu kurz, als es nicht in vollen Zügen zu leben. Sehnst du dich nach einem Leben voller Freude und Glück? Möchtest du den Zweck deines Daseins erkennen und voll ausleben? Sehnst du dich nach einem grenzenlosen Leben? Ein Leben, in dem du voll angekommen bist? Sei es dir selbst wert und mache den ersten Schritt, der alles in deinem Leben verändert. Vielleicht hast du ein Gefühl, dass du es nicht verdienst, dass du es nicht wert bist, dass du es einfach nicht auf die Reihe kriegst. Da habe ich eine gute Nachricht für dich. Das stimmt nicht. Du hast bereits alles in dir, um ein Leben nach deinen Wünschen zu leben. Dies ist die vergessene Wahrheit. Du bist grenzenlos, wunderschön, göttlich. Sprenge also die Grenzen deiner Persönlichkeit und du kannst alles sein. Du bist eine große Seele, die es gewünscht hat, in dieser turbulenten und außergewöhnlichen Zeit hier auf der Erde zu sein. Respekt vor diesem Mut. Respekt vor dieser Größe. Dennoch kann es dir so vorkommen, als würden Lebensereignisse und innere Blockaden sich dir in den Weg stellen. Was dir fehlt, ist das Wissen, wer du wirklich bist und eine Anleitung. Deshalb scheint dir das Leben so mühsam. Du kannst dein Leben ändern und zum Abheben bringen, wenn du weisst, wer du wirklich bist und wie das Leben funktioniert. In meinem Leben habe ich schon eine Menge erlebt, von den tiefsten Tiefs, an der ich am Nullpunkt meines Lebens stand. Kein Geld, kein Job, keine Wohnung. Bis hin zu den höchsten Hochs, in dem ich nur noch das tue, was mir Spass und Freude bereitet und so im Leben ganz angekommen bin. Schon in meiner Jugend studierte ich Strategien, wie ich meine Lebensqualität durch Ernährung, Sport und Meditation erhöhen kann. Im Laufe der Jahre verschlang ich viele hundert Bücher und besuchte unzählige Seminare und Ausbildungen mit dem unersättlichen Hunger nach Wissen und Weisheit. Ich wollte alles nur Erdenkliche über die Möglichkeiten in Erfahrung bringen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Ich gebe dir also 100% meiner Erfahrung und meines Wissens. Und du? Bist du bereit, dich aus deinen inneren Begrenzungen zu befreien und das Leben in seiner wahren Größe zu leben? Bist du bereit, deine Komfortzone zu erweitern, um rasant in deine Kraft zu kommen? Und dein ganzes Potenzial zu leben? Bist du bereit, dir das zu holen, was dir als Geburtsrecht zusteht? Ein grenzenloses Leben? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jedem Menschen das Potenzial wahrer Größe und unbegrenzter Fähigkeiten und Möglichkeiten offen steht. Auch dir!